Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich vertraue niemandem Ich höre immer nur diese scheiß Zahlen Eine Übertragung, Mason Die Zahlen sind eine Übertragung Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen Gehirnwäsche? Welche? Sie waren auf dem Mekong Auf dem Weg nach Norden zu Kravchenko's Anlage Auf dem Weg nach Laos Laos Kravchenko Der verdammte Psychopath hat ganz Vietnam Mit Nervengras eingerollt Ich musste ihn töten Verstehen Sie? Ich muss sie alle töten Laos, Mason Sie waren flussaufwärts auf dem Mekong Nach Laos unterwegs Jason Hudson hat sie kontaktiert Mein Kontakt Hat er ihnen gesagt? Der CIA schoss ein Frachtflugzeug ab Das Nova 6 Ging in Laos unter Unser SOG-Team ging rein Was ist passiert, Mason? Ich höre ständig Zahlen Das ist eine Übertragung, Mason Nehmen wir diese Zahlen Mathematik Übertragung Nummer 2 15 425 Kennung India Ziviles sowjetisches Transportflugzeug Abgeschossen über Laos Mason und ESOG-Bodenteam entsendet Um Nova 6 aus dem Brack zu bergen 13.11. Februar 1968 Wir sollten irgendwie vor den Sowjets Beim Nova 6 sein Gut, dann mal los Kommt direkt los Bam Geile, geile Kulisse Aber irgendwie betrübend Dieser verdammte Krieg Wieso gibt's sowas überhaupt? Ich will sowas nicht haben, Mann Aber okay, ist Entertainment Okay, dann steuern wir mal das Boot Alles klar gut Roger Wir geben es jetzt nicht Fluss auf, wenn es Ob so abstürzt Ich denke Upsala Ah, okay Schießen kann ich auch Krass, eine Nachtaktion Nachtoperation Boah, was hat ein Wutz hier Was haben die hier für Maschinen? Die Heli sind auch am Start Die schießen schon Er schießt schon Aber ist schrecklich Nachland Wir haben vier Schuss Bevor wir nachlassen müssen Ich treff nicht Geht allein hab ich Noch einer Gleich explodiert das Boot Gut gemacht, Mason Steuere jetzt auf die Barrikade des Flusses zu Unsere Jungs übernehmen das Wie schießen die noch? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, wie ist das? Ich bin so Sie haben noch nicht Er bricht zusammen Mehrere Ziele Turm direkt vor uns Raketenwerfer auf der rechten Seite Junge, bleib in Deckung Das sind unsere Gefällt Ich war wie ein Betrugener. Noch ein Turm. Wussten nachladen. Noch einer erledigt. Mehr ist ZSU. Kaliber 50 auf der linken Seite. Ich werde uns ein Stück in der Reis. Feuer! Das war übel. Nachladen. Freude! Nachladen. Nachladen. Moment, laden nach. Sie haben keine Chance. Warten, noch ein ZSU. Okay, aufpassen. Da könnten noch mehr sein. Leere, laden nach. Das wird leid. Da bledet sie. Leer geschossen. Sampans. Sie dürfen nicht näher kommen. Junge, mach sie fertig. Noch ein ZSU oben auf diesen Kamm. Schnell. Noch eins. Ja, ich denke, das war das Letzte. Wir brennen. Verdammt. Die sind einfach gekommen. Kamikaze mäßig. Wann war der Checkpoint? Sampans. Sie dürfen nicht näher kommen. Junge, mach sie fertig. Noch ein ZSU oben auf diesen Kamm. Schnell. Leer geschossen. Ich denke, das war das Letzte. Ah, der Checkpoint war gut. Keine Munition mehr. Es ist wohl schwierig zu fahren und dann noch zu ziehen. Noch zwei Sampans. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Nachlanz. Noch ein ZSU. Wie viele von diesen Verlangen sind. Wie gibt es denn? Das sollte der Letzte sein. Sehr gut. Oder ist das überhaupt gut? Bin ich einer von den Guten oder einer von den Bösen? Da kommt etwas Großes. Es ist so weit, Jungs. NVA, PT-Boot. Zielt auf die Rückseite der Motorhästin. Wir werden nachhören. Das Ding wird uns in Schnitt erreißen. Und wo wird geschossen? Verdammt. Ich fahr rückwärts. Leer. Wir haben den Motor getroffen. Es spuckt Öl. Der Motor ist explodiert. Erledige es. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben die nicht drauf. Sanitäter zu mir. Lord Nelson. Hey. Hilfe, verdammt. Der Junge hat es nicht geschafft. Ich schwöre, Woods hat um ihn geweint. Aber er hat sich die Tränen verkniffen. Bis jetzt noch nichts. Moment, da ist etwas in den Bäumen. Was immer auch passiert ist. Wir haben es verpasst. Wir haben hier einen abgestürzten Flieger. Was sehen Sie? Hier rausfällt nichts. Unsinn. Da kommt doch was. Baumann. Was ist passiert? Hier ist nichts. Genau. Es ist verdächtig ruhig. Ach ja? Kraftchenko? Er muss hier sein. Explosionszentrum. Überall reichen Opladum. Meistens im Ufer. Wir haben nicht viel Zeit. Roger. Endlich, Mädchen. Unser Schlüssel zu Kraftchenko. Steinhardt und Rokovic. Einer ihrer Leute soll das Boot bewachen. Der Rest folgt mir. Sofort. Roger. Aktivität. Sie bewegen sich direkt auf Sie zu. Wie gesagt, die rennen einfach auf uns zu. Feind ausgeschaltet. Linker Hügel. Ihn hat's erwischt. Alles Roger. Ich hab noch viel Munition. Ich hab noch viel Munition. Auf dem linken Hügel. Leckung geben. Diesen Baumstamm überprüfen. Den hat's erwischt. Aktivität oben auf dem Hügel. Abschuss bestätigt. Wo schießt du hin? Ich kann die Leute nicht sehen, Mann. Wie sind die Vietnams? Die haben gut uns überlegt, Mann. Die wissen, wie diese Boten können funktionieren. Roger. Scharf schützen den Baum. Kontakt. Umgestürzter Baum. Ihr kennt den Dschungel besser als wir. Da oben scharf schützen. Wo, wo ist eigentlich die? Ich weiß nicht, alle, die kommen von allen Seiten, Mann. So war das ja im Vietnamkrieg. Aus den ganzen Dokus. Aus dem Geschichtsunterricht. Und was weiß ich alles. Die USA haben ja den Krieg verloren eigentlich. Scheiße, das ist ja, ne? Ziele erledigt. Beinde beim Baumstamm. Ziele erledigt. Lade nach. Hilf mir jemand. Abschuss bestätigt. Vollverbot, ich komme. Oben auf dem Hügel nachsehen. Lade nach. Halt mir den Rücken frei. Kontakt erledigt. Bestätige. Lade nach. Mach schnell. Okay, komm. Weiter. Scharf schützen den Baum. Was? Ziel erledigt. Ziele erledigt. Ich bin nicht. Wo, wo, ich kann dich sehen. Wow. Die Musik. Vorrücken. Den hab ich. Komm mit, der da hängt. Bein ausgeschaltet. Wie war alles ist grün, man hat sich aufs Angezogen, man tat Sachen, Camouflager, Bibi. Kontakt, Bische. Jetzt hab ich nicht mehr so viel Munition. Nicht aufgeben, die Heinz sind weg, wir haben noch eine Chance. Karp schützt den Baum. Wo, Tüller? Da oben, da schützen. Wow, 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 wow. Schock. Die Fracht muss Nova 6 gewesen sein. Kravchenko würde sich nicht grundlos so viele Umstände machen. Wir werden auf diesen Flügel klettern müssen, um den Rumpf zu erreichen. Soll ich da runter machen, wie es hier aussieht? Oh, die Musik im Hintergrund ist richtig atmosphärisch. Was soll ich hier machen jetzt? Soll ich die Drago aufnehmen? Achso, die kommen jetzt, da geht's weiter. Was ist passiert? Die Chemiewaffe. Nova 6. Muss ich nach dem Absturz verteilt haben. Granatwerfer, was machen die Russen? Denn bitte mit amerikanischen Waffen. Muss eine Art Komplott sein. Das Nova 6 ist weg, aber seht mal. Eine Karte der Gegend. Das muss Kravchenkos Anlage sein, mitten in Laos. Kravchenko, er muss sterben. Okay, Mason, gehen wir. Okay. Wer vorhang fällt. Komm schon. Seht mal, da unten. Bochman, Scharfschützengewehr. Mason benutzt den Granatwerfer. Jagd diese Mistkerle in die Luft. Verstanden. Verstanden. Warum soll ich schießen? Baumgrenze, Freunde. Das sind viele Leute. Ich hab' mir doch Bock, als es geht. In Deckung. Feige. Oh boy. Die haben mich erledigt. Nochmal, komm schon. Seht mal, da unten. Bochman, Scharfschützengewehr. Mason benutzt den Granatwerfer. Jagd diese Mistkerle in die Luft. Verstanden. Einer nach dem Anderen. Da flieh ich schon entlang. Achtung! Was sag' ich denn? Kommen jetzt auch noch ein paar Boote. Runter! Mist, die Heids sind wieder da! Scheibe. Ziel erfüllt. Achso, ich hab's. Ich hab das Flugzeug abgeschossen. Ich glaub, das fällt runter. Das Flugzeug stürzt ab. Hey, was machen die? Keine Munition. Wer seid ihr? Aua! Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020